Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Wir haben hier heute mal wieder ein lustiges Spiel rausgesucht. Und zwar ist das Pile Face. Da gibt das hier so eine Apparatur. Die haben wir schon mal rausgeholt. Und diese Apparatur hat hier so eine Hand. Und wenn man hier dran dreht, dann fliegt die Hand irgendwann mal hoch. So, das Witzige daran ist eben, in diese Hand kommt Sahne. Genau. Die Sahne kommt da drauf und der Kopf wird da durchgesteckt. Und dann wird gedreht. Und zwar die Anzahl der Drehungen, die man hier macht, wird vorher mit dem Drehrad ermittelt. Da muss man zuerst dran drehen. Wenn man Glück hat, kriegt man gar keine Sahne ab. Genau. Und wenn man Pech hat, klatsch, hat man eine Sahne-Erfrischung. Genau. So, ok. Wer fängt an? Der Jüngste. Der Jüngste fängt an. Schlagsahne kommt drauf. Ich du Schlagsahne drauf. Ich ich ich. Ne, 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 ne. Warte mal. Das muss jetzt mal geschüttelt werden. Ne, wenn du ganz viel drauf tust. Ne. Ja, doch. Du kannst doch ruhig ganz viel drauf. Nein. Aber du kannst schon mal Folgendes machen. Du kannst hier an die Wand drehen. Ne, das mal hier. Warte. Genau. So, dass man das so sehen kann. Genau. Und? So. Fünf. Fünfmal. Ganz ehrlich. Also, wenn man fünfmal drehen muss, kriegt man garantiert die Sahne-Erfrischung. Jetzt ganz ehrlich. Sehr wahrscheinlich auf jeden Fall. Ok. So. Sind wir bereit? Das reicht. Das reicht. Das ist zu viel. So. Echt? Aber Kopf reinhalten. Fünfmal drehen. Genau. Am besten gehst du mal ein Stück runter. Genau. Fünf. Soll ich in Deckung gehen? Ich zieh mit. Ok. Eins. Zwei. Zwei. Drei. 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 Vier. 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 Fünf. Was? Nichts passiert. Wow. Oh na. Ja, genau. Einfach auf Geburtstag, jetzt geht es weiter. Drei. Ich glaube, wir machen jetzt auf jeden Fall was ab. Nur, wenn wir uns jedenfalls wieder Glück gehabt. Richtig durch! Ja, ist so. Warte mal, setz dich mal runter. Okay, jetzt gehe ich runter. Also die Sahne schmeckt schon mal, ich habe es schon mal probiert. Also, eins, zwei, zwei, Ja! Ja! Okay, zwei, vier. Oh, lecker. Leckere Sahne. Sieht sehr lecker aus. Ja? Oh. Oh. Was? Nein, aus den Augen raus. Hier, wie kann man aus den Augen? Ja, aus den Augen. Max erwischt es als ersten. Ja. Was für ein Spiel. Aber wir spielen nur eine Runde, oder? Zwei. Eine. Ganz viele. Gib mir nochmal so einen Nappen da, bitte. Oh, man kann natürlich hier die ganze Zeit nur noch wischen, das war ja wohl nicht das letzte Mal. So. Neue Sahne, auf jeden Fall. Ich dreh hier schon mal. Soll ich schon raufen? Oh mein Gott, Leute. Viermal. Oh nein. Dann werde ich gleich eine Sahne folgen. Tür mehr rauf. Genau. Also Papa, kannst du auch nicht was rauf machen. Und noch eine Kirsche. Das drei. Oh, das ist so viel. So eine Sahne durfte ich aber nicht. Also zweimal hatte ich, ne? Ja, zwei. Oh Gott. Nein, ich hätte vier. Echt? War das nicht vier eben? Das ging jetzt schon. Ja, keine aufgepasst, keine Schumme. Ich dachte, das waren zwei, oder? Ich dreh nochmal. Fünf. Fünf. Du kannst ja einen Augenblick! Das ist so schlecht mit jemandem. Vielleicht bloß bei dem Alken geblieben. Okay. Also man hört das Klacken aber gar nicht so laut hier, ne? Das spürst du auch ein bisschen. Jetzt ist noch ganz leise. Eins. Uaaaaaahhhhhh. Was? Hallo? Ich fülle bei mir was Neues rauf. Ja. Wie geht's? Wie lecker ist das raus. Habe ich meinen Lappen oder so? Ja, hier. Nee, brauchst nicht. Oh je. Oh je. Hey. Ich bin ja gleich dran. Du schmierst auch. Ja. Ich liebe die. Nicht so viel bedrohen. Nicht so viel bedrohen. Nein, Zeit. Mama, du musst mal drehen hier, ne? Oh Mann, wenn ich das sehe, das ist schon ganz anders. Schön viel sammeln. Einmal drehen. Ja, ihr seid so gemein. Bitte fünf, bitte fünf. Fünf! Fünf! Noch mal. Drei. Oh Gott. Guck mal in die Richtung. Guck mal in die Richtung bitte. Damit das auch jeder sieht. Einmal so. Oh Gott. Da vorne drehen. Das ist schmierig. Das hängt bei der Deutschland im Kopf. Nein, mach jetzt. Mach! Ich drehen. Eins. Zwei. Drei. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Ist das Spiel zu Ende? Nein, das wird gar nicht auf. Genau, bis Mama. Nicht ich! Echt? 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 Kannst du dich mal drehen? Ja. Oh, Echt? Vier! Das sieht schlecht für mich aus. Okay. Vier Mal. Am besten auf dem Fuß. Genau, so. Dann musst du dich nicht so verbiegen. Vier Mal. Genau. Eins. Zwei. 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 apanöne. Oho! Ahgo! Ciao! Uahoo! Warte. zeite. Guck mal an die Kamera. Ahgoo! Ahgoo! Baksch! ÄHGGHH! usschchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch! Oh, du siehst ja höfst aus. Okay, es geht weiter. Wer ist als nächster draus? Ich. Oh Gott, ist alles voll höfst. Willi, hab ich noch irgendwo was? Ah, ja. Wir machen das mal ein bisschen sauber. So, jetzt bin ich dran, Ash. Ich dreh schon mal ein bisschen Schlags an. Hier, bitte. Einmal schütteln vorher. Dann kommt mehr raus. Ach, wenn man jetzt tut, muss immer was prima rauskommen. Fünf! Es ist zwei. Oh, die Sprühsahne ist kaputt, leider. Soll ich vielleicht mehr draufmachen? Aber ich mach's einfach was drauf. Ich mach noch ganz viel drauf, okay? Super, das reicht. Okay, meinst du jetzt gut? Das reicht jetzt. Und jetzt beeil dich mal. Das läuft sonst runter. Dann kriegst du das gar nicht mehr ab. Das wäre doch schade, oder? Zu schade. Jetzt zwei Mal. Zwei Mal, ne? Eins. Nix. Zwei. Jetzt krieg ich den Berg ab. Drei Mal. Du kriegst ihn nicht ab. Viel Glück bei einem Lappel. Viel Glück bei einem fetten Haufen. Okay, jetzt geht's los. Batsch. Eins. Zwei. Zwei. Noch. Ahaha. Glückwunsch. Hast du schon gedreht? Ah, lustig. Jetzt werde ich ja wohl wirklich mit Sahne vollgespielt. Drei. Drei. Ja. Rutsche mal, Tücher her. Nein. Es muss dranbleiben. Nein. Wo ist denn Zeva? Nein. Nein. Ja, tu doch mal drauf. Drei Mal. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Nix. Nein. Okay, jetzt bist du dran. Aber drehen. Das kann ich euch sagen. Vier Mal. Ja, ja. Ist das schon die dritte Runde denn jetzt, ne? Äh. Hier mit Ash jetzt beginnt. Ja, stimmt. Aber das ist die letzte dann. Zwei. 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 Ich habe gerade eben mit Sahne vongespritzt. Weißt du, dass immer alle 20 Mal was passiert? Ja. Okay, fünf Mal. Auf geht's! Ich habe extra viel drauf gemacht für den nächsten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Du kriegst es ab. Du oder Mama. Drei. Ich muss drei Mal rein. Spaß. Aua. 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 Dachtest du, wenn du langsamer drehst, wenn du schneller drehst, wenn du schneller drehst, hast du nichts abbekommen. Ach, machen wir jetzt noch einmal, ne? Ja, ich bin noch mal dran. Ich schlag dann drauf. Warte, mach ich einfach was. Du vier drauf. Okay, dann dachtest du. Du vier drauf. Du siehst so gut aus mit der Sahne im Gesicht. Ach, wehe. Extra einen großen Berg, ne? Was für ein großer Berg denn? Ich bin dran wohl, was? So ein Gewicht schon mal. Nein. So, dann lass mich mal kurz mal drehen. Bitte fünf, bitte fünf. Bitte fünf, bitte fünf. Ich hab mal fünf, ne? Komm schon. Fünf, fünf, fünf. Komm. Vier, vier. Fünf, 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 fünf. Fünf. Nein, nicht fünf. Doch. Nein. Das war eigentlich du. Doch. Es war dazwischen. Zwei. Wir wären vier sogar noch besser gewesen. Zwei. Oh Gott. Warte mal. Ab, ab. Bitte. 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 Nächste Mal dran schieben wir gleich, bitte. Ich weiß das nicht. Und los geht's. Eins. Zwei. Oh. Boah. Scheiße. In dem ganzen Spiel hab ich nichts aufgegriffen. Oh komm, dann musst du jetzt nochmal. Ja komm. Fünf Mal noch. Ihr wart ja alle schon mit Sahne. Ja. Und Mama wollen wir auch mal sehen. Machst du's. Super. Oh, du gehst voll ins Auge. Wo ist der Rest? Da. Guck mal. Guck mal nach unten. Guck mal nach unten. Guck mal nach unten. Oh nein. Batsch. Oh. Alles war schön mit. Ja. Und war gar nicht so schlimm, oder? Ja. Das macht doch Spaß. Schön kalt. Das war jetzt Pie-Face. Ja. Wir haben alle unser Fett abgekriegt. Ja. Ja ne. Und das macht echt Spaß. War echt lustig. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh je. Wir machen so nicht lang. Nee ich nicht. Also ich möchte nicht. Wollen wir mal spielen? Ihr könnt euch ja die Sahne so ins Gesicht sprühen. Ja. Ja. Wollen wir mal spielen? Nein. Ich möchte bitte mal kurz. Was willst du damit machen? Ich möchte das auch mal spielen. Du willst doch mal spielen? Ja. Ich möchte das auch mal spielen. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.